Ich seh dich zum ersten Mal hier. Bist du ein Tourist? Ich bin von hier, hab aber woanders studiert. Naja, ich hab das Studium geschmissen. Lecker, clever und voller Bindungsängste. Du bist ja ein Trautyb. Hey, der beste Weg über einen Mann hinweg zu kommen, ist sich unter einen anderen zu legen. Wer bist du? Du kannst dich ja nicht zeigen. Ich fühlte mich wieder lebendig. Jetzt ist es genauso. Dieser Teil von mir ist verschwunden. Hör auf, andere Leute für deine Probleme verantwortlich zu machen. Wenn noch ein Typ zu mir sagt, ich sei mutig. Hey. Wir holen die Kontrolle über unser Leben zurück. Genau so sollten wir der Opfer gedenken. Bereits zum Spielen, Chicky. Was zu rosa Hölle. Weißt du, wie man das nennt? Hallo. Wir holen die Kontrolle über unsere 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 Kontrolle. Untertitelung des ZDF, 2020